Du willst deine Granaten perfekt timen? Dafür gibt es ein kleines, aber einfaches Hilfsmittel. Und zwar kannst du Granaten auch in Ghost Rig & Breakpoint abkochen. Um das zu tun, hältst du die Granate-Werfen-Taste gedrückt. Am PC ist das die Taste G. Drückst einmal die Schießen-Taste und dann hast du ca. 3 Sekunden Zeit, um die Granate zu werfen, bevor sie explodiert. Du kannst das Werfen von Granaten auch wieder abbrechen, indem du die Ziel-Taste drückst. Das funktioniert allerdings nicht, wenn du die Granate bereits am abkochen bist.